was geht 2k family was geht ab leute das ist ein ganz wichtiges video für alle die die 150 euro version die 25 anniversary version von nba2k24 gekauft bekommen wie auch immer haben und den league pass aktiviert haben vorsicht ich sag direkt dieser league pass ist ein freies abo für ein jahr das man abonniert hat dann und wenn man nicht kündigt wird automatisch verlängert damit das nicht passiert möchte ich euch jetzt zeigen wie man dieses abo kündigt in seiner in seinem account vom nba league pass mir ist es ganz wichtig weil ich habe letztes jahr mitbekommen man konnte dann zwar dem support schreiben und die haben das dann gecancelt wenn es dann aus versehen verlängert wurde man will sich aber nicht darauf verlassen weil wer weiß wie ja kolant oder nicht kolant die dieses jahr sind und du möchtest einfach keine kohle verlieren ich glaube das ganze jahr sind es irgendwie sind 100 bis 200 euro ich habe genau keine ahnung ich musste dafür noch nie bezahlen deswegen in ganz kurz rein es kann sein dass wenn meine e mail adresse oder irgendwas mal eingeblendet wird dass ich dann irgendwas darüber mache aber nicht wundern ihr geht auf der seite auf den reiter my account wenn du dann runter scrollst dann siehst du hier den punkt subscription und du willst auf manage plan hier sieht man zum beispiel schon was für ein abo aktiv ist normalerweise würde ich 17 990 pro monat bezahlen ist noch aktiv ich habe 100 prozent auf wegen dem nba 2k code und das ding würde das nächste mal verlängert bzw bezahlt werden muss am 24 24 dezember also ich habe es am 24 oder am 23 damals aktiviert ziemlich spät im september gab es das spiel wir gehen auf manage plan hast du die möglichkeit das ding ja zu managen um account einzugehen wir gehen auf manage und dann hast du change subscription pause subscription bis zu 4 monate oder cancel subscription und ich habe das schon gemacht cancel subscription your subscription will end ja december 24 2024 ist auf continue und dann ist es das schon gewesen dann wollen die noch wissen warum du gecancelt hast du musst nichts angeben ist einfach auf weiter und dann ist es das gewesen die machen ihr dann noch ein angebot sagst du nein danke und are you sure you want to cancel your subscription your und dann war es das und dann war es das und es kann sein dass ihr dann noch eine bestätigungs mail bekommt oder ähnliches aber zur not macht ihr euch hiervon ein screenshot als es hilft und dann ist es das auch schon gewesen ich hoffe das video hat euch weiter geholfen teilt es gerne mit euren freunden wenn ihr wisst dass die auch diese 150 euro version haben von nba 2k und die haben den league pass aktiviert bitte 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 kündigt das wenn ihr euch nächstes jahr wieder oder jetzt 2k 25 wieder diese teure version holt und league pass ist wieder dabei und davon ist erstmal auszugehen dann habt ihr es ja eh wieder aber bevor ihr dafür bezahlt leute cancel das und dann bin ich erstmal raus bis zum nächsten video bye bye